Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Project Unstable 6. Yay! Okay, hi! Ich war so frei, wir haben wieder langsam ein bisschen Blut drinne und hab mal ein bisschen was vorbereitet. Also was heißt so frei, das ist halt... Und zwar haben wir das letzte Mal überlegt wegen diesem Live-Impure. Und ich hab mir gesagt, ich farme jetzt mal das Zeug, ich hab die Wither-Rip gefarmt, dass wir ein paar haben und hab auch Prism-Reach-Hards gesammelt, sodass wir uns das machen können und zack, Live-Impure. Wir hatten genau ein Nebulus-Hard, das heißt, wir können nicht noch was machen. Kann ich das? Ja. So sieht das Ding aus. Okay. Was wir noch brauchen, wäre ein Mana-Spreader. Und natürlich noch irgendwas, um das reinzupacken. So, weil ich möchte das nämlich gerne mal ausprobieren. Weil wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, der Live-Impure kann ja praktisch einen Mob-Spawner aktiv halten, auch wenn man nicht da ist. Ich will das einfach mal probieren, inwiefern das jetzt so gut funktioniert und wie viel Mana es verbraucht. Wir brauchen jetzt noch einen Mana-Tablet. Und dann gucken wir einfach mal. Geh schlafen nochmal. Damit da nicht so viele Monster unterwegs sind. So. Ein Stück. Herangerutscht. An den Schreibtisch und dann sind wir startklau. So. Wie gesagt, ich hatte dafür jetzt alles vorbereitet, den Monik-Slate und so weiter schon mal gemacht, damit wir das jetzt nicht noch machen müssen. Eine Hopper-Hocke müssen wir noch machen, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich eh mal gucken. Ich brauche was für Mana. Moment. Flupp. So. Ich mache es mal so ungefähr halb voll. Irgendwie saugt es kaum Mana auf. So. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen so knapp über die Hälfte von einem Mana-Tablet. Ich wollte mal kurz gucken, wie es hier unten eigentlich aussieht mit Mana mittlerweile. Weil zwischenzeitlich hat es nämlich mal gehangen, das Minecraft. Da ist das hier die ganze Zeit im Kreis gefahren, weil die Detector-Rail aus irgendeinem Grund die ganze Zeit aktiv war. Und ich glaube jetzt ist die andere Detector-Rail aktiv. Weil das Minecraft nicht hier ist. Entweder steht hinten doof da. bis es zu einer falschen Zeit kam. Nope. Es ist weg. Ähm. Okay. Ich habe es doch vorhin noch repariert. Wo ist es hier noch? Nee. Ist das Minecraft weg oder was? Ach. Moment. Ist nicht hier, ne? Nope. Hier drunter ist es auch nicht irgendwo. Nope. Toll. Okay. Wo auch immer das jetzt hin ist. Äh. Kann ich gerade, könnte ich das rausfinden, wo es hin ist? Nee. Es sollte eigentlich starten. Okay. Ich glaube irgendwas ist hier. Okay. Das funktioniert. Nein. Komm. Das ging in die falsche Richtung. Moment. Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo aus Minecraft hin verschwunden ist. Das ist gerade echt nicht. Das Problem ist halt im Moment saust es die ganze Zeit von A nach B die ganze Zeit durch die Gegend. was es halt schwierig macht. Huh. Nein. Warum? In dem Moment startet das scheiß Ding. Jetzt sollte es glaube ich richtig rum wieder zurückkommen. Ist das falsch rum dorthin teleportiert wurde? Eigentlich. Moment. Ach man. Es kann doch nicht. Ich kenne die Zeit. Funktioniert der Mist. Und jetzt stelle ich die Aufnahme und das Minecraft ist weg und nichts funktioniert mehr. Das ist gar nicht. Ja. Das Server hat auch gerade ein paar Tickprobleme. Minecraft steht hier. Jetzt das Ding funktioniert nicht mehr. Warum nicht? Ich habe doch nichts geändert. So. Warte mal. Mana Pool Minecraft. So. Warte mal. Noch mal hier. Das Ding weg. Falls. strong power. Entity ist meine Card. Komm Ritter. Das Ding. Das Ding. Das Ding. ich glaube irgendwas ist kaputt gegangen irgendwas ist sehr kaputt gegangen wir machen ganz kurz das folgende wir setzen das mal auf false wir setzen das mal wieder auf true es ist ein Stück gerutscht irgendwas ist die part id noch die gleiche 15 16 19 16 15 17 17 17 18 ja und dann haben wir hier als output drin noch da ich will gern den writer da 18 19 es sollte eigentlich funktionieren irgendwas ist glaube ich kaputt gegangen aha ne ich dachte das war das zweite maincard vielleicht ist auch einfach nur unsichtbar das entity und es ist da ich kann jetzt hier auch kein block reinsetzen ähm machen wir kurz einen cut warte mal so da ist er wieder ähm ich hatte einen fehler gemacht wie ich gerade festgestellt habe ich habe versucht mit dem äh cover hier mit dem mit der fassade habe ich versucht hier hin zu platzieren das ging natürlich nicht deshalb ging es nicht das hatte nichts damit zu tun ich hatte einfach falschen block ich habe es noch nicht gemerkt trotzdem ist es komisch dass minecard weg ist und das ding auf nichts reagiert ähm das verstehe ich halt echt nicht nun gut aber da muss ich mich dann ausgehen noch mal dran kümmern das mache ich jetzt nicht hier weil ich habe mich eben neu eingeloggt und das minecard ist trotzdem wie vom erdboden verschluckt das ist weder hier hinten noch da vorne ist einfach weg und ich weiß echt nicht wie das passieren kann und vor allem wohin es ist ähm nun gut äh wir versuchen erstmal trotzdem den live-impeer ähm deswegen zack 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 so wir gucken uns das erstmal an und probieren erstmal den live-impeer damit wir wenigsten irgendwas diese folge geschafft haben weil ich habe jetzt 8 minuten damit zugebracht zu versuchen das irgendwie hinzubekommen oha was ist denn hier passiert warum sind hier so viele äh dingenscrever so mal äh zack hier so zack 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 ah eins und niedrig okay so das heißt hier gut das heißt nämlich hier kommt dann der mana spiel da rein und hier der mana pool ich mach mal ein bisschen ein bisschen wir müssen Platz haben ähm mana pool und einen mana spreader so jetzt will ich mal gucken kann ich das ding eigentlich angucken mit Hilfe von dem her nein kann ich nicht okay das ding ist auch nicht gelingt okay das ding ist auch nicht gelingt okay jetzt hat es ein live-impeer drinne okay wir gucken mal wieviel mana es zieht so 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 sind jetzt hier okay okay ich weiß nicht inwiefern das ding jetzt es ist auf jeden fall gelingt also es sagt es gelingt wir gucken mal was damit passiert es zieht auf jeden fall nicht konstant zeug raus ich glaube vorhin gab es einen burst am anfang vielleicht braucht es auch nur alle x tics aber es ist blöd dass es nicht anzeigt das finde ich echt doof weil ich würde gerne wissen was da äh wie weit fortgeschritten das ding jetzt nun ist und so weiter hm ok äh nochmal hier nochmal ein lämpchen unten rein es ist immer noch nichts rausgegangen ne so machen wir mal ein screenshot wenn ich bescheid weiß ups äh so man sieht aber auch keinen burst kommen ne oh hier ist ne lücke find ich grade müsste mal rauskommen danke wenn ich hier bin spawnen ja immer ordentlich aber wenn ich nicht hier bin spawnen halt nichts ist das problem hm ich gucke nur einmal ganz kurz nach aber ich glaube ich habe keinen burst gesehen nö ok mal gucken mal gucken ich gehe jetzt erstmal weg wir gucken mal wie sich das jetzt verhält wir machen dann mal eine hopper hock noch und sammeln dann mal unten das ganze zeug ein ich bräuchte man eigentlich noch ne emmy chest sollte ich vielleicht noch äh nicht ne emmy chest ne multistoge chest damit wir das ganze zeug einsammeln was da rauskommt von den monstern das wäre vielleicht auch gar nicht so doof ne ähm wir haben jetzt im moment blut also wir haben auf jeden fall mittlerweile schon ordentlich blut bekommen das ist schon mal gut dass sich das wenigstens auffüllt so ok ähm multistorage chest einmal zack äh ich habe keine blaze rods mehr ok einmal nehme ich nochmal zack so ich glaube weiß hatte ich auch direkt genommen ne zack für meinen input jup ok zack so dann landet das nämlich alles in dem e system was hier reinkommt äh ich muss noch was machen wir brauchen noch ne normale kiste ähm und theoretisch brauche ich ne trashcan oder irgendwas zum voiden mhm also ne nullifier bräuchten wir nochmal denn äh es gibt ein problem wie mir gerade in meinen kopf gekommen ist äh ich muss beispielsweise die ganzen rüstungsitems und so weiter die diese mobs da tragen die muss ich muss ich alle beuden hm ok ähm dann muss ich gucken wie ich das am günstigsten mache kann ich eigentlich warte mal was gibt es denn für filter gibt es dann wir haben existing advanced fluid big soul soul power item species mod items auch nicht was ich will limited item es gibt nicht direkt was das ich das ich sagen kann hm das ist ein bisschen doof weil ich dachte jetzt vielleicht gibt es irgendwas das ich sagen kann alles was rüstung ist aber ich glaube das geht nicht geht nicht also vielleicht beim advanced filter also der basic kannst du definitiv nicht kannst du advanced ich habe den filter ja hier irgendwo drin ne das steht nicht irgendwo eingebaut nope 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 ähm ach gott das ist alles so eingebaut hier äh da ist hier ja da komme ich nicht ran ähm warum normalerweise ist doch immer so gewesen dass die ach das ist falsch ich habe keinen jeter wrench ach ich bräuchte ja diesen anderen wrench oder das äh conduit probe ne jeter wrench ach du meine güte ach du meine güte oh gott ähm stonegear und dann brauchen wir electrical steel natürlich brauchen wir das wo hatte ich denn ich hatte irgendwo den advanced item filter wo hab ich denn den hingepackt war es bei baumform ne ich hatte einen doch gemacht wo hab ich denn den hingepackt ich hab keine ahnung keine ahnung wo ich den hingepackt hab nope nope das ist alles nur basic da kann ich mir nicht vorstellen dass hier irgendwo bei networds drin ist ja ja Hilfe das kam unerwartet jetzt hab ich das ding hier gedreht ach verdammt so ist das jetzt richtig rum ne warte oder ist egal hauptsache seitwärts gedreht so ähm ne wo hab ich das denn hin gemacht wo hab ich das denn hin gemacht pfff ich das jetzt wüsste ich hab da irgendwo mit einem advanced item filter automatisiert also wir kriegen auf jeden fall blut dazu das ist schon mal ganz cool wo hab ich denn Mensch ich muss das da irgendwo hier gemacht haben ähm was die doch die baumform ich guck jetzt nochmal kurz auf die baumform hinter aber brauchte ich dafür nen advanced filter ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen klop normaler filter kein filter kein filter aber nope baumform war es nicht so viel maler und es kommt einfach nicht an wenn ich wüsste wo das minecart hin ist ähm hm ich habe keine ahnung wo das ich verbaut hab ok weil wir müssen wir müssen unbedingt die ganze rüstung rausfiltern und ich habe keine lust jetzt irgendwie 30 filter machen zu müssen ähm hm hm wir müssen nämlich wir müssen nämlich ähm was problem ist match metadata naja gut wir haben ne metadata option und das ist schon mal ganz gut aber wir bräuchten glaube ich nen big für das ganze ach verdammt ach wie soll ich denn das schön machen ähm warte mal es gibt da nen tieffilter ähm was haben wir hier or dictionary mod owner hm ich müsste eigentlich die ganze ganzen rüstungen mal or dictionary das wäre das wäre glaube ich ne ne interessante idee aber nun gut ähm hab ich denn noch filter ich hab noch ein basic filter steht ja auch wie viele optionen man hat zum einstellen ne ne ich glaube der hier hatte 3 naja wie viel der hat oh man hm probieren wir einen reinforced aus hot glass probieren wir mal aus mal gucken was passiert wie das ding aussieht ähm äh zack ähm auch wenn ich nicht unbedingt der fan von den item ducts bin aber wow ganze neun filter optionen das reicht mir vollkommen hm hm ich ich brauche einen big filter ok was brauchen wir dafür ein bisschen zeug und zwar ne big äh selarium rotten flesh skeleton skull skeleton skull rotten flesh ähm silicon weil das problem wer sich fragt warum ich nicht advanced machen will normalen weil der advanced hat nicht genügend optionen also nicht genügend ähm platz und ich glaube nämlich dass der auch nicht die möglichkeit hat ähm na sag schon äh was wollte ich sagen äh äh nach tooltyp zu filtern oder sowas dass man sagen kann ich möchte die Rüstung ich meine ich das ist doch was wir probieren es einfach mal einfach weil wir es können huch so huch nein so äh silicon und ich glaube redstone war es ne ja aber hier waren es zwei silicon gut dass wir mittlerweile irgendwie mehr als genug silikon haben so flupp zack alles klar einmal das und einmal das ich glaube nicht big werden wir brauchen maximum size wenn wir nämlich nicht nach dem filtern können wir nach was anderem filtern so irgendwie das lied ist so ach okay advanced filter äh ne das ist der big oh da haben wir auf jeden fall schön viel platz das ist richtig okay so was können wir hier machen was das steht nicht ah ah das ist im endeffekt filter damage und das ding kann aber nicht nach damage filtern ne okay ich habe jetzt zwei möglichkeiten entweder ich schreibe alle mob drops rein oder die ganzen rüstungs items was wäre besser ich glaube mob drops ne bei den mob drops brauche ich nicht auf damage gehen da kann ich den big filter nehmen dann machen wir das so okay ähm yay okay ach ist das noch nie war wisst ihr dass ich das hasse sowas das ist echt nicht schön okay ähm wir brauchen jetzt alle mob drops ähm okay woanders war nicht hier wir machen nochmal woanders und zwar da wo die ganzen mob drops eigentlich sind ich hoffe ich habe da keine vergessen und wenn sie nicht in drawern sind und ich merke er sammelt was ein und es ist nicht da nieder müssen wir zum beispiel noch mit das ist glaube ich hallo danke so äh machen wir an Moment klick ich will das ich werde das vielleicht mal hier hin bauen dass wir hier noch eine möglichkeit haben hier auch ein button zu drücken so also müssen alles mögliche jetzt hinzufügen also einmal die kiste dass wir das alles mal hier machen können so zack big filter so wir brauchen fangen wir mal ganz einfach an mit zombie zeug also zombie kopf zombie hart das ding so skelett zeug brauchen wir noch und dann machen wir erstmal das jetzt kann ich die nicht rein shift klicken jetzt muss ich die alle was ist das ach ich kann doch metadata machen interessant habe ich nicht gesehen dann können wir rüstung nehmen dann machen wir das anders und gehen auf rüstung ich habe das nicht gesehen dass ich das ich bin blind okay ähm ich bin einfach blind ähm einnehmen wir uns da drauf so dann können wir nämlich zu den rüstungsdingen gehen und können einfach die ganzen rüstungen da reinschreiben dann so so aber zu wo geh ich denn hin äh aber zuerst mal müssen wir noch was gucken oha ähm und zwar wie das hier hinten aussieht bisschen mana hat es gefressen würde ich meinen ich kann leider nicht aus blut mana erzeugen das ist halt ein bisschen doof so dann machen wir folgendes machen wir hier unten ein bisschen bambule so sterbt mal alle bitte hier und hier haben wir doch irgendwo genau hier dank isa haben wir alle schon fein säuberlich hier drin die ganzen rüstungsteile ist ja alles im endeffekt leder na gut chain boots sind nochmal mit drin chain armor okay ähm okay so so gut gucken wir mal also was wir gerne haben wollen ist im endeffekt dass wir hä warum wie wie bist du jetzt gespawnt blödes Viech so ähm gehen wir mal drunter so so gehen wir mal einfach hier hin so das sollte ja trotzdem reichen wenn ich das hier hin baue ich hab nur keine lust dass irgendwie ach du weine geh du wirst wann denn hier okay äh ich hab nur keine lust wenn ich das jetzt nämlich hier äh woanders hin baue und das hier oben hin baue komme ich nicht mehr ran und hier unten habe ich eine möglichkeit theoretisch mit einem wartungstunnel von da drüben hin zu kommen wenn ich jetzt überhaupt mal bauen werde äh zwei zu früh ne ne genau richtig ha aha success okay äh dann machen wir hier wieder zu und dann haben wir im endeffekt hier unten unsere blumen stehen in der mitte äh wir haben unser warte mal ist das überhaupt die mitte mitte ist ein block weiter hinten wollte schon sagen so also im endeffekt hier war der spawner ne also hier müsste dann das blümchen hin das blümchen gibt aus auf die kiste und dann haben wir den itemfilter hier unten so genau und da tun wir jetzt im endeffekt das so ich definiere mal schnell oben das item ähm nicht das item die items können wir relativ einfach hier machen äh hi ist schon wieder nacht ne okay warte ich geh kurz pennen äh ich hasse das ich glaube ich muss mir wirklich auch mal einen Schlafsack machen ich hab bisher eigentlich relativ gut ohne auszukommen oder wir müssen einfach in jedes haus ein Bett bauen das wäre natürlich auch eine option ich nicht immer hier hinlaufen muss ich meine ich hab drüben bei der mühle hab ich ja auch ein Bett reingebaut dann könnte ich es eigentlich auch hier machen ne nun gut hä wo kommst du jetzt auf einmal her okay was ist denn hier los hier triffst du mich das kann doch echt nicht wahr sein was ist denn hier alles gespawnt jetzt kommst du auch noch was ey hier dahinten kommt wieder was da eine Hexe wieder na ein Skelett na klar jetzt haben wir euch auch irgendwo ey ich will einfach nur meine Ruhe haben okay gut dann probieren wir jetzt nochmal ich schmeiß mal ein bisschen Zeug weg hier das brauchen wir alles nicht hier Cobblestone wieder Potion brauche ich auch nicht Region Health könnte ich mal noch behalten falls man die mal braucht aber ne okay so was wollte ich machen ich wollte hier den Bigfilter reinpacken so und dann brauche ich einmal alle Rüstung wir brauchen erstmal alle Helme so Lederhelm es ist NBT ne es sollte aber NBT ignorieren glaube ich Ignore Metadata zack 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 mal gucken so Chain Armor Gold Armor Leather Armor Chain Hose Eisenhose Lederhose so zack 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 das ist dass man nicht sieht was das ist wenn man drüber fährt was für ein Item das wirds ein bisschen einfacher machen so ähm fluck fluck wo kommt ihr immer her so war ich jetzt bei hosen also jetzt als nächstes schuhe zack so haben wir hier noch irgendwas tolles drin wir haben noch eine eisen ich wo kommt die her eisenhose habe ich schon eine eisen brustplatte habe ich noch nicht da sind noch eisenschuhe chain boots ok wenn ich noch eisen eisen schuhe bräuchte ich wahrscheinlich noch und eisenhelm mal zu vergleichszwecken ja noch schilder die kann man noch mitnehmen nur noch goldschuhe eine axt stimmt äxte gibt es ja auch noch holz axt eisen axt gold schaufel spitzhacke ok also gold spitzhacke holz spitzhacke steinspitzhacke schaufel axt axt schuhe schild so jetzt müssen wir das mal alles wieder reinpacken hier und das war hier ok das auch noch ok gut ich glaube wir haben jetzt alles so das ding ignore metadata match ignore whitelist ok und wir gucken jetzt einfach mal ob wir diesen filter gut benutzen können weil hier ist ja alles mögliche drin und hier sollte er jetzt die items hier unten ja nicht nehmen so wir machen mal in den insert machen wir den filter rein und das ist whitelist so ob er alles ausnimmt insert machen wir an, next check machen wir aus und hier machen wir an es scheint zu funktionieren wunderbar wir sehen was wir vergessen haben schaufel und zack 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 wunderbar ok dann nehmen wir mal hier die kisten und stellen die mal hier hoch so wunderbar das ist leer und dann das hier noch so da sollte auch leer gehen eigentlich weil die ganze rüstung brauche ich nicht das kann alles weg wunderbar schön und was übrig bleibt ist das was hier oben in der kiste ist so das heißt im endeffekt eigentlich nur die mob drops ist gut ok ich habe die hopper hock nicht gemacht und die folge ist zu ändern ah verdammt ok also ich werde das offscreen mal noch machen ich werde einfach hier unten dafür sorgen dass hier so zack und dann machen wir hier ein extract und ich stelle das nämlich um auf eine blacklist den filter noch das ding hier hat extract immer mit always active hier haben wir einen insert mit einer hohen priorität und dem filter drinnen als blacklist das sollte funktionieren und danach der rest geht alles in den mülle feier rein priorität nochmal nach unten so priorität 1 ist 1 wunderbar konfiguration ist alles ok gut theoretisch sollte das funktionieren wenn ich dann jetzt hier hinten die hopper hock hin bastle ähm wobei mir gerade auffällt ich sollte vielleicht das ding hier hinstellen so damit ich nämlich nach hinten noch kommen hier muss dann nämlich noch dort hin genau alles klar ähm wie gesagt ich mach mal dann offskin noch ein bisschen weiter dass wir das ganze zeug mal irgendwie zusammenkriegen was wir brauchen und wir sehen es dann in der nächsten folge wieder äh ja es verbraucht auf jeden fall ordentlich man das ding außer natürlich ist äh kann nichts spawnen wahrscheinlich wird der spawner damit angetrieben irgendwie in der form dass er was spawnt aber es kann auch so sozusagen sobald da licht ist und er kann nichts spawnen dann wirds ignoriert was auch immer von dem man das bei der kommt mal gucken müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt auf jeden fall ist es erstmal eine möglichkeit ein bisschen blöd zu formen ich bedanke mich jetzt trotzdem erstmal fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen man sieht sich beim nächsten mal wieder äh tut mir leid dass es so ein bisschen wieder drunter und drüber folge war vor allem mit dieser überlänge wieder jetzt hier ich ähm ja und gut ähm danke fürs zuschauen auf wiedersehen wir haben live im viewer wir haben ein bisschen was gemacht dass wir den die items gefiltert kriegen die hopper auch fehlt jetzt noch die platziere ich dann einfach und dann ist okay ciao bis zum nächsten mal und noch einen schönen tag bye